Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin Leute, es ist wieder Donnerstag, hier ist Feelings. So, heute, ich sag wie es ist, ich sag wie es ist, ich bin ein ehrlicher Charakter, ich hab nichts heute. Es ist nichts passiert, ich rede ja immer über Sachen, die mir so passieren. Es ist nichts passiert, die ganze Woche. Also, nichts, das ist ein Intro heute komplett, könnt ihr euch an den Arsch klatschen, den könnt ihr gleich vorskippen. Skipp mal gleich 40 Minuten vor oder geh gleich in die Deluxe-Zeit, es kommt nix. Das wird wirklich jetzt das schlechteste, jetzt schon, das schlechteste Intro aller Zeiten. Das ist das Ende meiner Karriere heute, weil morgen in der Zeitung stehen wird, das ist jetzt das letzte Ding, was er sich erlaubt hat. Was glaubt er, wer er eigentlich ist? Ein schlechtes Intro. So, der schlechteste Preis für das schlechteste Podcast-Intro geht an. Kurt Körner, oder wie der heißt. Aus Gold, nee, Platin, mit Swarovski-Steine. So schwer, dass das Ding, der schlechteste Preis für das schlechteste Intro mit einem Hubwagen reingeschoben wird. Wo die Leute anrufen und sagen, Herr Krömer, für den schlechtesten Preis der schlechtesten Intros dieses Jahres, bringen sie mal fünf starke Freunde mit, damit sie den scheiß Preis dann überhaupt tragen können. Mann, das ist schlecht, ich finde mich selber schlecht heute. Kennt er das, wenn du wirklich, wenn du sagst, jetzt war im Ernst. Kurt Krömer, du bist schlecht, du bist richtig schlecht heute. Ich hoffe, dass dann, ich hoffe selber, dass da noch was kommt. Das ist schlecht. Ich hoffe, der Gast ist gut. Heute wäre auch der Gast, heute wäre so ein Schnattergast gut, weißt du? Mäk, 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 mäk. So, wo man, Traumgast, wo man so fragt, na und sonst so, wie geht's Ihnen eigentlich? Und dann, ja, mäk, 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 mäk. Ich vor 40 Jahren, mäk, 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 hatte keiner, ich hatte das selber erfunden. Das war mein Deutsch, Schnatter, Schnatter, mäk, mäk, mäk. Weißt du, wo man, wo man dann den reden lässt und dann fährt man nach Hause. Man geht baden, man zieht das gesamte Beauty-Programm durch, alles Mögliche und kommt dann wieder, hört draußen, mäk, 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 mäk. Und kommt eigentlich nur, um zu verabschieden, um zu sagen, Mensch, toll, schön, dass wir mal über alle drehen konnten. So ein Gast für heute, gut. Der alle, also es ist natürlich jetzt auch, ich weiß ja nicht, wer kommt, aber da ist heute viel Verantwortung natürlich auf Seiten des Gastes. Das, wenn der Gast jetzt gut ist, dann werden vielleicht Leute schreiben und sagen, das Intro war zwar scheiße, aber der Gast, der war halt richtig gut. So, auch wenn das ein scheiß Intro war, es kann mir keiner sagen, dass ich nicht geübt darin bin, richtig Druck aufzubauen. Da haben wir aber ohne Alkohol jetzt schon ein Dreier-Tü auf dem Kessel, das sag ich euch, Freunde. Ah, so, Kamille, ich bin immer noch auf Kamille hängen geblieben, wa? Gut, zeig nicht auf Start gedrückt. Scheiße, ist das schlecht. Auch das ist schlecht. Selbst das habe ich verkackt heute. So, ich freue mich auf den heutigen Gast, auf die Gästin. Ich, äh, die binde um und, äh, ab dafür. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, äh, eigentlich alles wie immer. Und nun, herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings. Ich nehme die Maske ab. Oh, jetzt aber, mach doch mal das aus. War das immer so? Ich habe ein bisschen Enttäuschung gesehen in deinen Augen. Nee. Doch, weil du wusstest sofort, die schnattert nicht. Da muss ich Fragen stellen. Nee, ich weiß jetzt nicht den Namen richtig. Das macht ja nichts. Vielleicht findest du ihn ja raus über das Gespräch. Katharina? Nee. Mal gucken, wer ich heute noch alles werde. Aber ich weiß, was du machst. Du bist Schauspielerin und Regisseurin. Geil. Katharina? Nee, fast. Talbach. Aber mit K stimmt schon. Katharina Talbach. Nee, die Tochter. Nee. Das ist bei den Talbachs geil, dass die alle gleich aussehen, wa? Das ist ganz schön. Jede Talbach, die auf die Welt kommt, sieht aus wie die Mutter und die Oma. Ist das nicht geil? Doch. So, wie heißen Sie? Ich heiße Karolina. Herfurt. Genau. Nein, Katharina Herfurt. Aber du hießt früher mal Katharina Herfurt. Ja, ja. Stimmt, ne? Auf jeden Fall ist so, ja. Dann hast du gesagt, nee, Caroline klingt besser. Irgendwie, ja. Und dann hab ich gedacht, der ist schön, so ein bisschen mit dem O. Na siehst du, dann hab ich ja doch. Ich hab jetzt schon gedacht. Deswegen war das jetzt einfach verwirrt. Ja. Ist ja klar. Ich dachte natürlich. Ist jetzt auch fies, wenn man einfach zwischendrin weiß, einfach mal kurz sagt. Den alten Namen dachte ich. Ich heiße jetzt anders voll. Da hättest du mir natürlich auch ein bisschen helfen können. Ja, hätte ich. Aber hab ich jetzt gedacht, ich lass mal, guck mal. Also du wolltest ja nicht. Ich soll gegen die Wand laufen lassen. Das war der Plan. Guck mal, ich hab auch ein Kamillenteam mitgebracht. Hast du? Ich bin nämlich in derselben Stimmung wie du. Weißt du? Ich fände es richtig gut, wenn du viel redest. Aber du kannst ja auch Regieanweisungen geben. Das kann ich machen. Oder irgendwas aus Thomas Mann vorlesen. Oder irgendwas. Das hab ich noch nie gelesen. Warum soll ich das jetzt anfangen? Hast du nicht früher, als du noch Katharina warst? Da hab ich nicht. War nicht die Thomas Mann Lesung. Selbst dann nicht. Die Phase? Also ich hab's versucht, immer wieder. Und ich bin jedes Mal gescheitert. Weißt du? Ich hab schon gehört, das riecht ganz schön nach Pups bei dir. Ja, ich weiß. Aber ich find's ganz praktisch. Meine Kinder, ich mach das doch, weil ich im Schlaf. Ich hab's im Schlafzimmer, das rauche. Und dann fragen die Kinder, wo ist Papa? Und dann sagen die alle, der ist im Furzzimmer. Der ist in der Furzbude. Der ist in der Furzbude. So. Genug. Bist du auch krank? So ein bisschen. Ich wollte es nicht zugeben. Ja? Weil ich trinke Kamillentee. Deswegen trinke ich auch Kamillentee. Obwohl ich gar nicht krank bin. Ach echt, scheiße. Was ist denn das für eine Phase? Ich hätte es gar nicht zugeben müssen. Weißt du? Ja. Achso, du bist krank. Ganz bisschen nur. Wie, was hast du denn? Ich hab so Bauchschmerzen einfach. Ganz blöde Bauchschmerzen. Weil, wegen Angst, oder? Nee. Hast du Angst? Ich hab manchmal richtig viel Angst, tatsächlich. Achso, aber nicht jetzt vor mir, dass du dachtest, oh, ich hab so Bauchschmerzen. Nee, nein. Weil ich Angst hab vor den Trüben. Also, hätte ich das auch machen können. Ich bin ja ein sehr angsteinflößender Mensch. Ich kann sehr... Das hab ich gehört. Ich kann sehr... Scharf werden. Ich kann böse werden. Ich kann richtig meinen Charakter verändern und dann hast du richtig Angst. Meinst du, dass ich wirklich Angst kriege? Weißt du, was ich richtig gut... Ich krieg jetzt schon selber vor mir Angst, wenn ich mich da wechsle. Aber ich kann total gerne, dass wir Berlinern können. Da bist du einfach mal so Berlinerin. Ja. Ich wusste das gar nicht. Ich bin Berlinerin, sogar Ostberlinerin. Ja? Ja. Na, isländischen Straße bin ich geboren. Wo ist denn die isländische Straße? Na, da, so Bornholmer da. Ach, da bin ich zur Schule gegangen. Siehst du? Bornholmer. Swinemünder oder wie du teilst. Ja, da so. Doch, Swinemünder ist die selbe Seite. Ist noch nicht rüber, ne? Ist noch nicht Richtung Pankow, sondern noch im Prenzlauer Berg. Hä? Mitte? Brunnenstraße? Warte mal, warte mal. In welchen Osten? Bornholmer hab ich doch jetzt gerade gesagt. Was meintest du für ein Osten? Island. Island. Nein. In Island. Ich war gerade in Island. In der Ostseite. Auf der Ostseite. Ich war gerade in Island. Ist das nicht irre? Ich hab dir was mitgebracht. Aber sag bitte jetzt nicht, dass du in Island warst und mir vier Stifte mitgebracht hast. Oh, warst du denn enttäuscht gewesen? Ist ja überhaupt nicht eingepackt. Was hättest du denn von Island? Muss man das einpacken? Naja, selbstverständlich. Das hat mir keiner gesagt, dass du das auspacken musst. Naja, ist doch ein Geschenk. Aber ist es Plastik so? Ja. Durchsichtiges. Ach man, ich wusste das nicht. Das tut mir leid. Vielleicht ist das ja die Verpackung. Aber jetzt nicht gemein werden, bitte. Nein. Das wusste ich nicht. Aber böse. Nee, ich meine, okay. Gleich wechselte Charakter. Das sag euch. Da werdet ihr heute mal mein wahres Gesicht. Was hättest du denn von Island mitbekommen wollen? Hast du schon mal Island? Ja gut, den kann ich jetzt irgendwie schlecht einpacken. Na, so einen kleinen. Da musst du es ja kleine Geysire geben. Doch, es gibt einen kleinen. Doch, es gibt einen. In so einem Marmeladenglas? Genau, es gab so einen Secondhand-Halle. Und da konnte man so ganz lustige Sachen kaufen. Und da gab es auch so Edelsteine, die sahen aus wie so ein Geysire. Das hätte ich dir ja mitbringen können. Hättest du das nächste Mal, wenn ich komme und ich davor auch wieder in Island war, bringe ich dir das mit. Sagen wir mal so, du hättest was Schönes mitbringen können. Du weißt ja noch gar nicht, was du bekommst. Naja, vier Buntstifte. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Du hast keine Ahnung. Spezielle Buntstifte. Zeig mal bitte. Ja, ich bringe noch nicht einfach irgendwelche Buntstifte mit. Ich bringe richtig coole Sachen mit. Ich bringe voll die geile Stiftauswahl mit. Jetzt werde ich böse. Ich bin nur fies. Schlemmer vollkette heute Geburtstag. Das wäre der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Nee, das stimmt überhaupt nicht. So, egal. Ich funktioniere auch nicht unter Leistung. So, guck mal. Technik, wir können das ja so schneiden, mit KI oder so, dass wir uns toll unterhalten. Dass ich mich jetzt freue. Also, ich wusste nicht, dass ein Geschenkpapier drumherum gehört. Das finde ich jetzt auch ein bisschen gemeint, weil ich bin ziemlich gut im Geschenke einpacken. Also, es sieht immer ein bisschen doof aus. Klar, mein Vater hat auch drei Elefanten, aber die zeigt dir nicht. Also, soll ich die Plastik jetzt noch abmachen oder willst du die abmachen? Jetzt machst du noch mein Geschenk auf. Du musstest es nicht, ob ich das... Das war doch nur... Okay. Guck mal, du kannst es selber entdecken. Ja, oh. Was das alles kann. Ach, es sind ja gar keine Buntstifte. Von Leilei. Die sind halt sehr speziell. Sitze zum Essen? Nein. Musst du jetzt mal aufmachen. Guck mal, das sind so... Dann verlierst du natürlich den Wert. Ach so, dann musst du es behalten, meinst du? 40 Cent. Gibst du das dann immer so weg, wenn du... Guck mal, die kann man so biegen. Da kann man so einen Knoten reinmachen. Hast du schon mal so einen Stift gesehen? Nee. Das ist doch was Besonderes. Und kann ich damit auch schreiben? Ich glaube schon. Das wird dann so mit Anspitzen... Warte, jetzt ist hier... Kannst du mir mal den Anspitzer geben, den du vergessen hast, mir zu überreichen? Nee, das ist jetzt nicht... Das war jetzt nicht dabei. Katharina Herfurt schenkt mir unan die Spitzte Stifte, die sich verbiegen. Guck mal, die kann man auch so wappeln. Wenn der Stift das Blatt trifft. Also weißt du. Guck mal. Oh, da ist hinten aber ein... Radiergummi. Radiergummi da dran. Den kann ich ja abschneiden. Guck mal, und das ist nochmal ein ganz spezieller Stift, weil da, wenn du damit was schreibst, dann kannst du das in eine Geheimstift. Mit Geheimschrift. Da ist ein Schniebel dran, den man abziehen muss. Ja. Oh, erleuchtet. Damit kannst du es dann lesen. Weißt du, du kannst geheim was schreiben. Wenn du schreibst, sieht es keiner. Ach so. Das ist halt Geheimtinte. Geheimtinte. Ein Geheimtintenstift. Ich bin jetzt eigentlich James Bond. Ein bisschen, siehste. Ich bin ein Geheimagent jetzt. Ein isländischer James Bond wahrscheinlich. Wenn ich jetzt dir was aufschreibe auf ein Blatt Papier, dann kannst du das nicht lesen. Kann ich das nicht sehen. Außer ich hab auch so einen Stift. Ach so. Ja. Also du bist nicht so begeistert über meine Geschenke. Jetzt hast du schon Enttäuschung, dass die Katharina da sitzt. Spaß beiseite. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Also schöner kann es ja nicht werden. Guck mal. Ich bin 49 Jahre alt und ich hab, was soll jetzt noch kommen? Ich werde nämlich dieses Jahr 40. Naja, das ist ja ein Kinderalter noch. 40 ist wirklich. In welcher Welt lebst du denn? Gibt es hier eine Zeitverschiebung? 40 ist, 40 ist aber süß. Findest du süß? Ja, weil ich bin ja älter als du. Ja. Wiss ich gar nicht. 40, 40 ist so, wo man denkt, jetzt habe ich mein Leben im Griff. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Finde ich auch. Und mit 45 fällst du immer voll auf den Arsch und denkst so, ach du Scheiße. Ist es so? Ist da noch viel zu bearbeiten und zu reflektieren und weiß ich was. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist so. Ich bin jetzt mit 49, habe ich das Gefühl, ich werde in diesem Jahr volljährig. Aber wann hast du denn angefangen mit Reflektieren? Ich habe mit 35 angefangen zu reflektieren, weil ich dachte, ich muss bis 40 fertig sein. Okay. Ich habe Lebenszeit verschwunden. Ich habe mit 19 angefangen und bin jetzt 40 und denke, jetzt habe ich es im Griff. Guck, es sind 21 Jahre. Das heißt, wenn du mit 35 angefangen hast, dann hast du jetzt noch... Bis 60. Nee, 56. Also noch sechs Jahre. Okay. Und dann hast du dein Leben im Griff. Dann ziehe ich auch zu Hause aus. Wieso? Sag ich dir. Warum? Ich suche mir dann was eignet. Ach so meinst du. Ja, gut. Wohnst du auch noch zu Hause? Ich wohne auch noch zu Hause, ja. Ich hatte noch keine Lust auszuziehen. Da kommen ja auch immer so viele nachher, so viele Geschwister, weißt du, man ist nie alleine. Das mag ich eh nicht so. Das ist der schönste Kindergeburtstag, den ich je gefeiert habe. Haben wir noch eine Benjamin Blümchen-Torte? Ich würde dir sogar das Spielzeug schenken, was in der Mitte drauf ist. Warum? Weil das das Besonderste ist. Das ist das Beste, das Besonderste. Das Besonderste. Aber weil ich dir so ein schönes Geschenk mitgebracht habe, bist du doch glücklich? Hallo, das ist wirklich, wenn du auf dem Kindergeburtstag bist und dir schenkt einer das Spielzeug in der Mitte auf der Torte drauf, das ist das Beste. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist Liebe. Das habe ich noch nie erlebt. Ich kenne immer nur die Kinder, die das, ja sie bekommen, weil die haben ja Geburtstag. Ja, aber wenn die das dann verschenken und sagen, hier, Caroline, schenke ich dir, das ist Liebe. Das ist Liebe. Die bleiben dann auch zusammen für immer. Ist so. Brauchst du ja eigentlich so zu lachen. Kann ich mir so eine Leckmuschel nehmen? Ja, gerne. Du kannst alles nehmen, was du möchtest, kostet alle drei Euro nur. Ja? Schreibst du mal auf, eine Leckmuschel? Warte, mit dem Geheimstift, du darfst keiner sehen. Ich mache den Deckel mit meinem Stift. Das ist ja toll. Kann ich auch an der Wende schreiben eigentlich, sieht doch keiner. Das hatte ich das letzte Mal, das erzählen wahrscheinlich alle so eine Geschichte zu den Leckmuscheln, aber das letzte Mal hatte ich diese Dinger am Badesee in Fürstenwerda. Das erzählt jeder, ja. Jeder war ja eigentlich beim Erfinder Leckmuschel in Bad Werder mit dabei. Wie kam auf diesen Namen? Naja, ich traue mich nicht so richtig, aber ich mache das jetzt mal gut. Wir lassen dich erstmal aufessen. Ja? Geben wir uns mal die drei Stunden. So, hast du irgendeine Frage oder so? Ja, du bist ja, du bist Regisseurin und Schauspielerin. Ja. Und du machst auch beides gleichzeitig. Kriegst du da nicht eine Macke? Doch. Merkt man es nicht. Da kriegt man doch eine Macke, oder? Ich habe mal, hast du die Doku gesehen von Loriot, 100 Jahre Loriot? Da war er dann, ich muss so lachen, als Herr Winkelmann noch verkleidet und guckte so durch die Kamera, ob das Bild richtig eingerichtet ist. Und das war nur ein Bild. Aber beim Zugucken dachte ich schon, du wirst doch bekloppt am Set. Auf jeden Fall, ja. Es ist so, kann ich Ihnen sagen. Hast du denn auch so ein Kostüm, also du musst ja denn auch ein Kostüm anhaben? Hin und her, man rennt immer hin und her, genau. Ich hatte mal so ein Tütü an, so ein rosanes Tütü. Und Hannah ist gerade von einem Second-Unit-Dreh angekommen und sah immer nur so dieses rosa Tütü hin und her rennen. Vor der Kamera und dann wieder zurück, um sich das Bild anzugucken und dann wieder davor. Ja, also so bekloppt bin ich dann schon auf jeden Fall. Du kannst ja auch dann ja nicht durchdrehen am Set, wenn du so ein Tütü anhabst. Sieht ja lächerlich aus. Und wenn du dann rumbrüllst, na, ich bin eine Respektsperson. Ja, das klappt ja eh nicht, aber... Machst du, also ist das eigentlich, das wäre die nächste Frage. Brüllst du eigentlich rum? Ob ich manchmal brülle? Also ich habe einmal, also brüllen... Naja, so... Weiß ich gar nicht. Ausrasten. Aber ausrasten tue ich auch überhaupt gar nicht. Ich war einmal, war ich wütend, da habe ich gesagt, wieso haben wir denn jetzt hier die Kamera nicht angemacht? Aber, nee, es war gar nicht. Nach 20 Tagen. Ich glaube, das war, war irgendeine, das ist nicht, genau das, ach, ich weiß nicht mehr, was es war. Da war ich kurz wütend. Aber ansonsten brülle ich nicht rum. Nee, das bringt ja gar nichts mit dem Brüllen. Gibt es auch nicht mehr, war? Brüllen am Set? Ach, das gibt es leider noch viel zu viel. Diese Zusammenscheißen? Ich glaube schon, dass es das noch gibt. Aber nicht bei mir. Ja. Oder? Nimm mir Zeit für deine Muschel. Ich habe es nochmal probiert, aber ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach liegen. Hier, guck mal, die können auch pfeifen. Das sind diese Pfeif-Lollis. Die sind auch gut. Von denen man sich immer die Zunge aufratscht am Ende. Kannst du dir auch gerne nehmen. Gehört alle dir. Danke. So bin ich zu dir. Siehst du? Du bist immer noch beleidigt wegen der Stifte, ne? Ich habe irgendwie, und das ist kein Geschenk bei mir. Caroline, das sind Stifte, die sich verbiegen, wenn man die anfasst. Das ist einfach lustig. Stell dir mal bitte vor. Ich wusste nicht, dass du was haben willst, was du ganz dringend brauchst. Naja, stell dir mal vor, ich fange morgen an, meine Memoiren zu schreiben. Ich drehe doch durch. Nee, im Gegenteil. Das dreht erstmal 40 Seiten nur um die Herfurt. Genau, eben. Erstens ist das schon mal Kummer. Weißt du? 40 Seiten. Aber was ich damit erreicht habe. Und dann ist es immer ein Spaß. Weißt du, du schreibst nicht einfach so, sondern du hast immer Spaß mit den Stiften. Die erinnern dich immer daran, wo du gerade bist. Das ist so mega. Diese Stifte sind, da weiß man nicht, sind die Stifte, verbiegen sich die Stifte oder sind meine Finger gebrochen? Genau, siehst du? Und dann lenkt die die immer ab, das ist doch total lustig. Aber ich würde ihn wirklich gerne mal anspitzen, damit er... Ich glaube, dass es sehr lustig ist. Du brauchst natürlich auch so einen Anspitzer, der noch wackelt, dass du den völlig durchdrehst. So, wir werden... Mach dir keine Sorgen. Durch KI werden wir das so schneiden, dass das ein ganz tolles Interview ist. Es geht nur um dich. Du bist im Mittelpunkt. Du bist die Beste. Und ich kriege den Splendern-Blümchen-Ding am Ende. Das ist wirklich... Das Traurigste daran ist, dass ich immer einen Kuchen mache und die dann immer sich die Benjamin-Blümchen-Torte wünschen. Das ist die Traurigkeit in der lustigen Geschichte. Aber wer die... Also wo machst du immer den Kuchen? Kinder, meine Kinder. Ach so. Du hast immer eine Benjamin-Blümchen-Torte gemacht? Naja, manchmal lügig und sag, ist ausverkauft gewesen. Weißt du? Und was ist denn besser? Eine Torte zu backen selber oder so einen Scheiß zu kaufen für 3,49? Die gibt's zu kaufen? Es gibt Benjamin-Blümchen-Torten. Drei... Ne, sogar 5,99 oder so. Da hätte ich dir sowas mitbringen können. Ja, hätte ich mich sehr gefreut. Weil 5,99... Das war, glaube ich, der Preis, den es kosten darf. Ach so. Deswegen hast du Geschenkpapier weggelassen. Siehste, weil es eh schon so teuer war. Weil dann wärst du bei 5,50 Euro gelandet. Sonst hättest du das Budget überstiegen. Wie ist das, wenn du jetzt drehst? Also bist du Regisseurin geworden, weil du gesagt hast, ich kann das alles besser, die anderen sind zu doof oder einfach aus einer Leitung? Klare Antwort. Nächste Frage, bitte. Nein, überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht. War wirklich nicht so. Ich bin ehrlich gesagt Regisseurin geworden, weil... Wie waren es nochmal genau? Genau, warte. Ja, also ich habe so einen Kurzfilm gemacht. Eine Freundin von mir, die wollte nochmal so ein Demoband von sich machen, weißt du, wo so Schauspieler so Szenen drauf haben. Und da hat sie gefragt, ob ich ihr helfen kann. Und dann haben wir gesagt, ja klar, dann machen wir eine lustige Szene und eine traurige, damit man so ein bisschen eine Varianz hat. Und die lustige haben wir so von Notting Hill geklaut und umgeschrieben. Also die Rollen getauscht, damit man es nicht merkt. Und haben so... Die Namen einfach verändert. Ja, nee, einfach nur der Mann hatte den Frauenpart und die Frau hatte den Mannpart und so Zeug. Und dann haben wir noch eine traurige, die haben wir glaube ich aus Gossip Girl geklaut. Und dann haben wir das aufgenommen. Es war sehr lustig, hat super großen Spaß gemacht. Und dann haben wir gesagt, es hat so einen Spaß gemacht jetzt alles. Lass uns mal richtig einen kleinen Film machen. Dann war ich, ich war gerade noch auf der Schauspielstule und dann habe ich so ein paar Kollegen gefragt. Und dann haben die auch noch mitgemacht. Und dann kannte ich ja schon auch viele vom Film. Und dann habe ich plötzlich so ein 15-Mann-Team da an meiner Seite gehabt. Dann haben wir so richtig einen kleinen Film gedreht. Und dann habe ich wahnsinnig viel Zeug geschenkt bekommen. Also Musiker, Musik gemacht. Ich durfte bei Ari die ganze Postproduktion machen. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich das ja nicht einfach nur ins Regal schieben. Das muss ich jetzt irgendwie auch, das brauche ich jetzt auch eine Bühne für die ganze Leute, die da irgendwie mitgemacht haben. Und dann habe ich den Heinz Badewitz angerufen, der die Hofer Filmfestspiele. Badewitz ist ein schöner Name. Der hat die geleitet und den habe ich gefragt, ob er den sich mal angucken möchte. Und der hat ihn dann gezeigt auf den Filmfestspielen und dann hat ihn Willi Geicke gesehen. Und der war der Chef von Warner damals und hat dann gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, das auch mal bei einem richtigen Film zu machen. Und so ist das passiert, ehrlich gesagt. Es war jetzt gar nicht so, dass ich mir irgendwie vorgenommen habe, ich möchte jetzt irgendwie, ich habe ja eigentlich studiert in der Zeit. Ich wollte eigentlich studieren. Und dann habe ich dann mit der Regeln kam. Bist du schon seit dem Studium Regisseurin, Schauspielerin? Ich bin schon Schauspielerin, seit ich elf bin. Und dann mit 15 habe ich so richtig angefangen zu drehen regelmäßig. Und dann bin ich nochmal auf die Schauspielschule gegangen. Und dann habe ich nach der Schauspielschule nochmal ein Studium gemacht, weil ich nochmal Politikwissenschaften und Soziologie studieren wollte. Und das habe ich dann aber nicht zu Ende gemacht, leider, weil ich dann keine Zeit mehr hatte, weil ich dann mit dem Regifemachen angefangen habe. Warst du auch für Ernst Busch? Siehste. Wieso? Naja, die Besten. Ist es so. Die Besten waren auf der Ernst Busch. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Gute, die nicht auf der Ernst Busch waren, aber... Hört man nie was von. Weißt du? Wo waren Sie, Ernst Busch? Naja, es gibt ja auch noch andere Gute Schulen. Nee, ich war, weiß ich nicht. Und es gibt ja auch welche, die waren gar nicht auf der Schule und sind trotzdem guten, von denen hört man auch viel, aber ja. Ecke zum Beispiel, ich war nie auf der Schauspielschule, ich bin sehr erfolgreich auch. Bibi und Tina, schon mal gehört? Ja, hoch und runter, ein paar Sommer lang habe ich das gehört. Hast du auch gesungen? Sechs Rollen habe ich da gespielt. Ja, ich wurde aber dann, ich habe meine Stimme es nicht zu hören. Ach so, das ging mir auch schon mal so. Habe ich mal einen Film gemacht? Aber vertraglich, weil die das dann verkauft hätten. Ach so. Und da hätte ich gesagt, also wenn ihr jetzt hier die dicke Marie damit macht, dann soll das Buch das meinetwegen einsingen, weißt du? Keine Ahnung, weil die das dann gesungen hat, aber ich war es nicht. Verstehe. Und wenn du jetzt Regisseurin bist und Schauspielerin, kannst du ja doppelt abkassieren, wa? Also ich kriege... Kannst du denn nicht eine Rechnung schreiben? Ich kriege für alle Dinge, die ich tue, Geld, ja. Und nimmst du eine doppelte? Ist doch doppelte Arbeit. Es ist doppelte Arbeit, also auch doppeltes Geld, klar. Ist so, oder? Ja, logisch. Dass du eine Rechnung schreibst, da kommt am Montag die Rechnung für Schauspielerei und am Dienstag dann Regie. Ja, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht so... Ich würde jetzt einfach projektweise, ne? Oder verarschen die dich und sagen, du kriegst das als Schauspielerin und das andere haben wir dann geschenkt bekommen. Nee, die verarschen mich nicht. Aber ich lasse mich auch nicht verarschen. Also ich wäre dann auch... Glaube ich auch. Ich wäre auch eher so eine, wie du, die dann sagt, wenn ihr jetzt hier die dicke Marie damit macht, dann nicht meine Stimme. Okay. Das weiß ich gar nicht. Ich habe auch schon gesungen, aber einmal habe ich gesungen im Film, da habe ich richtig Gesangsunterricht genommen und wollte das unbedingt machen und dann war es nicht gut genug und dann habe ich vor der Premiere gesehen, dass das nicht meine Stimme ist. War ein bisschen gemein. Ich wurde auch mal synchronisiert. Beim Singen? Nee, beim Sprechen. Was? In Deutschland. Was? Auf Deutsch. Warum? Weil die Stimme scheiße war. Bei welchen? Bei wo jetzt? Das war ganz zum Anfang. Ich wollte total gerne immer in so Animationsfilmen mitmachen, weil ich die so gerne mag und ich wurde erst einmal gefragt für eine Maus. Für eine Maus? Ja. Warum? Wieso? Habe ich so eine Stimme oder was? Du bist doch Schauspielerin. Ich weiß gar nicht, wieso. Was haben die denn alle? Die kleine Maus. Ja, also weißt du, du kannst immer die kleine Maus spielen. Ich kann auch mal, ich kann auch mal, ich kann auch mal, ich kann auch mal. Hallo, ich würde dann so sprechen. Hallo, ich bin das, die kleine Maus. Guck, ich kann alle möglichen Varianten. Hä, wieso? Weiß ich nicht. Schauspielerin machen sowas doch. Finde ich auch. Wollen wir mal aufrufen, welche Rolle willst du sprechen? Ich möchte an die Animationsfilme, weiß ich nicht, habe ich jetzt da irgendein toller Neuer? Mach doch irgendwie mal im Amiland da einen Film mit einer Maus, wo dann Frau Herfurt nicht sprechen kann. Ich war doch jetzt schon eine Maus. Aber erst einmal. Das war das Einzige, was ich... Da habe ich ja mehr synchronisiert als du. Ne? Guck dir das mal an. Drei Filme. Ja. Ich nicht. Das ist doch eine Frechheit. Ne, zwei. Jetzt mal jetzt nicht, ich darf mich nicht zu groß darstellen. Zwei Animationsfilme habe ich an ihm. Einen mehr als du. Ja. Da bin ich erfolgreicher als du in Sachen Animationssprecher. Auf jeden Fall. So ist es. Ich bin eine Animationssprecher-Legende quasi. Ja. Im Gegensatz zu dir jetzt. Ich habe noch mal einen Dokumentationsfilm gemacht, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, weil die Frau, die das in, also die Original sozusagen, die hatte so eine ganz schöne Stimme und die konnte das auch richtig gut. Oh, das ist schön, wenn man einschläft davon, finde ich. Oh ja, und ich kann das, also bei mir hat es nicht geklappt. Aber du kannst doch die Stimme ein bisschen verändern. Ja, aber das ist dann, war nicht dasselbe, es hatte nicht denselben Effekt. Wer müde ist, kann jetzt schon schlafen. Wer müde ist, der kann natürlich. Ansonsten geht es jetzt weiter mit Bergen. Mit Flamingos. Es ging um Flamingos. Achso, die ja unheimlich selten in Bergen anzutreffen sind, wenn sie nicht im Urlaub sind. Ich habe ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Ich hatte so einen Stress, so eine Stimme zu haben, dass ich nicht mehr weiß, was sie gesagt haben. Ist aber dann mehr ein langweiliger Job, oder? Was? Regie? Ne, Dokumentation, Sprechen. Echt? Nö, ist total toll, was man da alles sieht und so und überhaupt Sprechen. Ich finde Sprechen generell was Tolles. Ansonsten auch, du bist halt in so einem Stinkel-Kabuff da, acht Stunden am Tag. Ja, diese tollen Filme. Du sprichst ja nicht mal mehr im Dialog. Also wenn wir beide jetzt einen Animationsfilm machen, kommst du am Montag, ich am Dienstag. Das stimmt, aber du hast ja den Dialog mit denen auf der Leine. Naja, der Dialog spricht doch sich besser, wenn man sich umsieht. Also ich finde es viel schöner, da in Ruhe in meiner Kabine zu haben. Dass man die Kollegen nicht sieht. Ja. Das Ding ist, man kann natürlich jeder Kollege mitmachen, auch die, die man scheiße findet. Praktisch. Man sieht es hier nicht. Ja. Weißt du? Man muss sich nicht mal Hallo sagen. Das ist doch perfekt. Gut. Gut, also das hätten wir schon mal. Also ein Animationsfilm wäre toll. Haben wir. Warte, ich nehme meinen Stift. Animationsfilm wäre gut. Animationsfilm wäre gut, ja. Bist du jetzt nur auf Mäuse spezialisiert oder wirst du auf meinen Hund sprechen oder so? Ja, genau. Ich würde ja gerne meinen Range ein bisschen erweitern. Ja. Also ich hätte auch nichts gegen was Fantastisches. Also es wäre jetzt auch okay für mich. What were it? Na, weiß ich nicht. So ein... Ein Bär. Ja, also ich... Oder so eine Fantasiefigur. Drache oder so. Ein Drachenbär. Weißt du? So was. Drachebär. Ja. Ein Drachenbär, der wie eine Maus spricht. Nee, eben nicht wie eine Maus. Es ging mir darum, dass ich gar nicht verstehe, warum man... Egal. Ich möchte das jetzt auch nicht mehr verdienen. Ja, ich auch nicht. Gut. Ich schreibe das jetzt auf. Haben wir. Und was war der letzte Film, den du gemacht hast? Ich habe eine Million Minuten gedreht. Der war in Island. Also deswegen war ich in Island. Jetzt erklärt sich doch alles. Du hast in Island gedreht. Und in Thailand. Oh, toll. Krass, oder? Das ist auch geil, oder? Richtig. Ja, es war richtig. Also ich habe totale Flugangst, weil du mich gefragt hast, ob ich mal Angst hatte schon. Ungünstig. Wie lange ist Island entfernt? Island geht. Island sind so vier Stunden. Vier und Thailand elf, zwölf. Ja, so richtig ätzend. Ja, aber das war nicht so schön mit dem Fliegen, aber der Rest war super schön. Also richtig, richtige Abenteuerreise hatte ich da. Habe ich da gemacht. Warst du schon mal in Thailand oder Island? Naja, schon dreimal. Island war ich noch nie. Es ist schön. Es lohnt sich. Aber ich würde nicht vor März fahren. Ist Island nicht immer dunkel und kalt? Nee, deswegen muss man ja. Also man hat tatsächlich, der Sommer wird nicht wärmer als 21 Grad. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben nie so richtig T-Shirt-Wetter. Das ist doch verrückt. Und wie ist das Kälteste? Boah, weiß ich nicht. 18. Ja, sowas, glaube ich, wirklich. Nee, 18 minus. Ja, ja. Ja, doch sowas. Island, ich habe jetzt, ja, weiß ich nicht. Ich hätte es gerne wärmer. Das verstehe ich total. 30 Grad ist schon. Ja, ja. Wenn man Zeit hat, wegzukommen, also in meinem Fall, dann denke ich, Badehosen, also wo man den ganzen Tag barfuß laufen kann. Na, dann musst du nach Thailand. Da waren wir auf einer Insel, die heißt Kofratong. Ist richtig, richtig toll. Wir haben eine Geschichte verfilmt von so einer Familie, die heißen die Küpers. Die haben sich entschieden, sozusagen ihr altes Leben hinter sich zu lassen, die ganze Familie einzupacken und zu reisen. Die Tochter hat sich gewünscht, eine Million Minuten gemeinsame Zeit. Eine Million Minuten sind fast zwei Jahre. Und die sind dann quasi für zwei Jahre gereist, um zu gucken, ob sie anders leben können, als sie jetzt hier so im grauen Deutschland leben. Also wo man immer barfuß sein kann. Und wir haben in Thailand auf derselben Insel gedreht, in demselben Häuschen, wo die auch gewohnt haben. Und es war total irre, weil du die ganze Zeit mit deinem Team, alle haben in so einer Hütte gewohnt, sozusagen. Und dann trifft man sich mal morgens zum Frühstück und abends zum Armbrot und zwischendurch dreht man da auf dieser Insel an den Stränden. Und kein Stress, ne? Das ist wunderschön, wirklich. Und dann wirklich, genau wie du sagst, war immer barfuß da rumgelatscht. Nachts konnte ich nicht so gut schlafen, weil die Wellen so laut waren und meine ganze Hütte mal gewackelt hat. Aber es war sehr, sehr, also... Ein bisschen was, also als Deutscher braucht man ein bisschen, über was man sich auch aufregen kann. Ich hab mich gar nicht aufgeregt. Weißt du? Nee, ich hab... Das war ein Verklag, Thailand verklag für die Wellen. Für die Wellen. Die Wellen sorgen dafür, dass das Haus klappert. Das geht nicht. Das war nicht alles schön, sagen wir es mal so. Doch, ich fand es wirklich super schön. Ich fand die Geckos, die immer auf einen runtergekackt haben, ein bisschen krasser. Hast du welche, die gelacht haben? Ja, ja. Geckgo machen die immer. Ich kannte welche, die haben gelacht. Hey, guck, ich könnte ein Gecko sprechen. Das fände ich eine richtig geile Idee. Geckgo. Guck mal, wie gut ich das kann. Ja, ist doch toll. Wir haben das ja auf Band. Kannst du geschenkt haben. Danke. Kannst du als Demo-Band, kannst du verschicken. Geckgo. Wie die lachen. Geckgo, der lacht. Ich hab echt gedacht, er will mich ein Nachbar verscheißern. Weißt du? Weil nachts dann... Quatsch. Und dann dachte ich, das ist ein Nachbar. Aber wo denn? Weißt du, weil wir haben auch gelacht und dann lacht... Dann dachte ich, so ein blöder Nachbar, wo ich dachte, was lachst du denn so blöde? Und dann hab ich Geckos halt gesehen. Und dann bist du die andere Person geworden, dann bist du da aber rübergegangen. Da war ich richtig böse. Da hab ich gleich Thailand verklagt dann auch wieder. Da hat die Hütte aber geklappert, du. Nee, und dann hab ich Geckos gesehen und dachte, naja, okay, Geckos, aber wer lacht so blöde? Und dann war ich im Wohnzimmer nachts und hab diese Tiere gesehen. Und das hat drei Tage gedauert, bis ich das zusammengebracht hab. Und dann hab ich bei YouTube reingeschrieben, lachende Geckos. Und das waren die. Das ist ja lustig. Ganz klein. Aber wo warst du denn? Sechs, sieben Zentimeter. Kosamui. Kosamui. Ah, okay. Sechs Zentimeter kleine Tiere. Also uns haben nicht gelacht. Uns haben nur Geckos. Es ist wirklich, wenn man die Augen zumacht, hat man das Gefühl, hier ist wirklich ein Gecko im Raum. Du bist perfekt da drin. Gecko. Gecko. Es gab auch noch andere lustige Tiere. Man muss einfach die Namen sprechen, denn haben die Leute, die für die Raffe, dass es nicht die Raffe war. Nein, die machen das wirklich so. Nein, die machen das wirklich so. Das bin ich jetzt gar nicht. Ich leg mal wieder an meiner Muschel hier kurz an. Also ich als Animationssprecher-Legende kann dir sagen, das ist sehr gut. Danke. Du bist einer der besten Geckos. Ich glaube, warum ich auch nicht mehr gefragt werde, ist, weil ich immer so lange brauche. Wieso? Naja, weil man soll ja immer so ganz viele Takes schaffen. Also dass man so möglichst an wenig Tagen, an wenig Zeit ganz viel schafft. und ich will dann immer nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und dann quatsche ich auch immer so rein. Ich glaube, auch die Regie war immer so genervt, weil ich mir so reingequatscht habe. Ach Gott, du bist ja selber Regisseur. Ja, sonst quatsche ich die Regie gar nicht rein. Jetzt bei dem Film in eine Million Minuten habe ich gar nicht reingequatscht. Hast du keine Regie gemacht dafür? Nein. Achso, das war nicht mein, da habe ich keine Regie gemacht. Und wie langweilst du dich denn? Überhaupt nicht. Oder sitzt du denn am Set und denkst, ich habe das jetzt anders entschieden. Ich habe der Schauspielerin nicht anders erklärt. Nö, das mache ich nicht. Also in dem Fall fand ich es jetzt total schön, tatsächlich da mal mich in eine andere Vision begeben zu können. Das macht ja auch totalen Spaß. Man kann ja nicht, weil man kann ja nicht alle Geschichten erzählen. Also ich kann als Schauspielerin viel mehr Geschichten mitmachen, als die ich als Regisseurin erzählen könnte. Weil als Regisseurin bin ich schon so ein bisschen, das ist dann immer so meine Art oder so. Und als Schauspielerin kann man ja so ganz doll auch in fremde Arten gehen und das ist ja das, was so Spaß macht. Das weiß ich nicht, ob ich es als Regisseurin jetzt so könnte. Genau, aber egal, was wollte ich sagen. Also in dem Fall habe ich jetzt nicht Regie geführt. Das mache ich erst dieses Jahr wieder. Also jetzt demnächst. Eine Million Minuten. Heißt der Film. Heißt der Film ab jetzt im Kino. Genau. Gut. Ich habe immer, aber Regie finde ich so technisch und Schauspielerei ist so frei. Anarchie. Ich würde immer denken, dass ich mir was wegnehme. Echt, ja? Also umso mehr Informationen du hast, umso unfreier bist du da, oder? Alleine wenn du weißt, du bist jetzt dran, du hast nur eine Szene, weißt du ganz genau, du hast für die Scheiße jetzt 15 Minuten und dann ist Feierabend. Ja, das ist tatsächlich. Also du musst auf Druck gehen. Als Schauspieler denkst du dir, ist mir da ja. Genau, also das stimmt total. Das ist tatsächlich so ein bisschen Widerspruch. Deswegen bin ich ja auch so irre geworden. Darf ich das sagen, dass du irre bist? Ja. Das würde ich schreiben können. Warum, ja. Caroline Herford, irre. Irre. In Klammern, irre. Ja, auf jeden Fall kannst du es machen. Aber mit Ü. Mit Ü. Irre. Irre, ja. Es passierte in der Kirche. In der Kirche. Wurde sie irre. Mit einem Glas Milch in der Hand. Ja. Nee, aber was wollte ich sagen? Ja, nee, also doch, ja, das ist auf jeden Fall ein totaler Widerspruch. Auch Regie führen und Schauspiel machen, ist totaler Widerspruch. Ist total anstrengend, auch tatsächlich. Aber deswegen freue ich mich immer über die Filme, wo ich nicht so viele Drehtage habe. Bei dem letzten, den ich selber Regie geführt habe, hatte ich 37 von 37 Drehtagen. Das ist dann immer sehr anstrengend. Den davor, da war ich nur eine Episodenhauptrolle, da hatte ich nur 12 Drehtage. Und den Rest konnte ich quasi nur... Na, dass es halt episodische Geschichten sind, weißt du, so mehrere Geschichten. Ach so, okay. Und dann bist du nur von einer Geschichte quasi da beteiligt. Das wäre für mich Hauptrolle in einer Episodengeschichte, wo zwölf andere Geschichten auch noch erzählt werden. Also zwölf ist ein bisschen viel, aber... Wir haben mal zwei Drehtage, oder? Nee, zwölf. Zwölf? Ja. Das ist schon richtig. In meiner Welt mächtig. In deinem... Okay. Wenn ich zwölf Drehtage hätte, würde ich, glaube ich, durchdrehen. Wie hat sie denn bei Bibi und Tina? Ich glaube, elf. Siehste? Dann bist du durchgedreht. Nee. Nee. Aber ich glaube, hätte ich zwölf bekommen, wegdurchgedreht. Weg abgehoben. Aber man hat doch auch ein bisschen... Ich bin jetzt nur noch Schauspieler. Man hat doch auch ein bisschen Spaß trotzdem auch. Also auch ein bisschen Druck, meine ich, als Schauspieler, oder? Dass man denkt, man hat nicht mehr so viel Zeit. Na, ich habe immer den Druck, dass ich, wenn ich irgendwo mitmache, da immer unheimlich gute Leute um mich rum sind, wo ich so denke, gleich kommt die Polizei und dann weg verhaftet, weil die merken, dass ich überhaupt kein Schauspieler bin. Hast du das Imposter-Syndrom? Heißt das so? Das heißt so, ja. Dass man Angst hat? Also du hast es gar nicht. Weil ich bin ja kein Schauspieler. Ich habe ja das nicht gelernt und ich revidiere jetzt auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich ja gar nicht hochbegabt bin. Hast du das vorhin gesagt? Gedacht. Aber ich... Als du gesagt hast, dass manche Leute nicht auf der Schauspielschule waren und trotzdem toll sind. Ja, genau. Deswegen wollte ich ja sagen, das heißt ja noch lange nicht, dass du nicht schauspielen kannst. Und wie heißt das Syndrom? Imposter-Syndrom. Imposter-Syndrom ist diese Ding, dass man Angst hat, erwischt zu werden, dass einer sagt, Herr Krömer, Sie sind verhaftet, kommen 18 Jahre jetzt ins Gefängnis. Die merken doch bald, dass ich gar nicht kann. Sie sind ein Scharlatan. Genau. Sie sind ein Meister der Scharlatanerie. So habe ich das verstanden. So heißt es Imposter-Syndrom. Sie haben ihr Publikum betrogen. Sie könnten gar nichts. Aber die haben trotzdem gelacht. Ich muss jetzt eine kurze Sache erzählen von wegen Schauspieler. Es gibt eine Schauspielerin, die hat mich schon immer fertig gemacht, weil die so gut war. Ja. Nora Tschöner. Mit der drehst du immer, ne? Mit der drehe ich auch total gerne. Das ist nicht die, die ich jetzt gerade meinte, aber die macht mich auch fertig, weil die so gut ist, weil die einfach, ich weiß gar nicht, wie man so eine Ideen immer haben, also wie man so, auch wie man, also wie man, also ja, macht mich genauso fertig. Die ist auch irre, glaube ich. Und da habe ich dann auch Imposter-Syndrom. Auch irre, auf jeden Fall. Irre. Ist ja irre. Und da habe ich auch manchmal dann Imposter-Syndrom, wenn du so denkst, also die geht einfach auf eine Bühne und dann kann die das da so rocken. Und die andere Schauspielerin, von der ich gerade geredet habe, die Else-Marie de Voss heißt sie, die war schon in meiner... Oh ja, die kenn ich doch. Die kennst du, ne? Woher? Kann sein. Die ist nämlich eigentlich... Und die ist... Bei der war ich bei Ostermeyer in der Schauspielerin, oder? Und die ist so der Wahnsinn. Ja. Und die war schon auf der Schauspielschule immer die Beste. Da war, da ist die gerade, da war die 18, 19, 20. Da war sie gerade runter auf der Schauspielschule. Und die hat jetzt wieder, war ich in Münster und da spielt die gerade die Drei-Groschen-Oper. Da wirklich, ich saß im Publikum und habe nur noch, habe meinen Mund nicht mehr zugekriegt. Und da bin ich dann, da denke ich auch, die komme ich gleich abholen, weil wenn die so spielt... Kam mal einer vorbei, hat gesagt, Frau Herford, machen Sie mal einen Mund zu. Das stört die Schauspielerin vorne. Jetzt nicht in dem Zusammenhang, aber es ist schon wieder vorgekommen. Machen Sie bitte den Mund zu, dann gab es schon die Schwerden draußen. Und dann gehst du ins Theater und dann guckst du die an und dann wirbst du die ab, dass du dann sagst, Mensch, du bist talentiert, mach mal in meinem neuen Film mit. Auf jeden Fall würde ich das machen, klar. Das sind Tiere. Ich finde, Theaterschauspieler sind Tiere. Das ist unglaublich. Und ich weiß, dass das auch noch so ein Stück ist, wo man ganz viel eigene Freiheiten hat. Ich funktioniere ja total so nach, da ist ein Drehbuch, da ist mein Text, ich weiß ganz genau, was ich zu sagen habe und so. Und dann gibt es ja so Leute, so bist du, glaube ich, auch er. Dann kann man so... Nee, nee, ich bin auch ganz streng nach Text. Redet Komma. So freie Ideen. Hey, Helmut Dietl hat man zu mir gesagt. Der war so, ne? Da ist wirklich... Der hat man zu mir gesagt... Komma nicht gehört. Genau. Sag mal, Karoline, es steht dann Komma im Text. Hat er wirklich zu gesagt? Und ich so, nee. Ja, dann sprich auch keins. Ganz freundlich. Aber ich dachte so, okay. Okay, und jetzt versuchen wir es nochmal. Nochmal. Ohne Druck, natürlich. Ne, Karoline? Zack, zack. Und dann selber so diese ganzen Ideen hat und dann so eine Freiheit, dann so kreativ wird. Da bin ich immer total beeindruckt von, tatsächlich. Ja, bei mir ist wirklich genau das Gegenteil, dass ich, wenn einer sagt, du musst dich exakt an den Textseiten, kann ich gleich nach Hause gehen. Das finde ich total lustig. Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Das ist die Hölle. Das ist so wie Schauspieler. Die meisten Schauspieler können ja nicht so offen reden, wenn sie keinen Text haben. Also wenn man denen sagt, improvisier mal, sprech mal frei. Genau. Dann drehen die durch. Bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn ich da einen Text habe, das ist mit dem Komma dann. Du würdest mich auch nach Hause schicken und sagen, du bist schlecht. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und improvisierst du gar nicht denn? Weiß ich nicht. Doch, ich würde auch total gerne, also ich improvisiere auch gerne, aber es ist jetzt nicht so mein Steckenpferd, sage ich mal. Ich glaube, da gibt es einfach Leute, die können es sehr viel besser. Aber vielleicht ist es auch mal ein Imposter-Syndrom, wer weiß. Das ist auch Faulheit. Meinst du? Wenn ich improvisiere, muss ich doch keinen Text auswendig lernen. Nee. Da würde ich immer sagen, Caroline, das improvisiere ich dir. Weißt du? Ja, und wahrscheinlich ist das ganz Tolles. Wir würden uns überhaupt nicht schreiten. Ich wäre nur neugierig. Und dann würde ich sagen, du aber sag mal, kannst du vielleicht ein bisschen nur das? Oh, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das total toll ist. Man muss nur wissen, dass es so ist und dann kann man ja damit umgehen. Ich finde es mega. Und was hast du mit Dietl gedreht? Zettel, genau. Zettel, auch mit Bulli. Genau. Der sollte auch, dann haben Bulli und Dietl, Bulli. Ich meine Bulli und Dietl. Das war das erste Mal, als ich Komödie gedreht habe. Ja. Und mit Bulli und Dietl. Okay. Und dann stehen Bulli und Dietl sich gegenüber und sagt Bulli, sagt Dietl, nee, nee, nicht äh, 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 sondern äh, äh, äh. Ah, Bulli und Dietl gegenüber denken sie, genau. Das war so lustig, die beiden. Ich hab den leider nie kennengelernt, aber ich hab Kiroial deswegen, Hulk sehr liebt. Kiroial ist auch zeitlos, finde ich. Kannst du heute exakt so nochmal drehen in Borcherts oder im Kiroial in Berlin. Guter Mann. Weiß ich, haben wir lange nicht geguckt, würde ich nochmal gucken. Kiroial mit Visa, Baby Schimmerlos, Mario Adolf. Mario Adolf. Ich scheiß dich zu mit meinem Gehalt. Und irgendwann, da hab ich dich, da gehörst du mir. Das ist auf jeden Fall zeitlos. Dann knack ich dich. Abschied zeitloser Satz. Als Klebstoffhersteller, Direktor der Klebstofffabrik, Haffelöher, glaube ich. Und Senter Berger. Senter Berger natürlich. Richtig toll. Die hab ich letztens getroffen. Senter Berger, hätte ich auch gerne mal. Meinst du, die kommt? Weiß ich nicht. Kann die nicht mal kommen? Nee, jetzt nicht. Das ist okay, du machst ja nichts. Liebe dich alle. Deine Geschenke, Dufter, die Geschichten. Das sprudelt nur so aus der Heros. Siehste? Meck, 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 meck. Ein bisschen zu wenig noch. Ihr könnt ja noch aussehen und baden gehen und wiederkommen und mich verabschieden. Halb. Nee, nur mal so als gesprochener Gedanke, Senter Berger. Ja, oder? Toll. Ja, wirklich sehr beeindruckend. Wie gesagt, hab ich kurz getroffen und dachte so, wie Senter Berger will man eigentlich sein? Wie? Wie Senter Berger will ich mal sein. Wie ist denn Senter Berger? Na, die ist einfach so ganz klug und ruhig und weißig. Also, ich bin auch manchmal nicht so gerne ruhig, aber die ist so sehr, die wirkt ein bisschen weise auf mich, glaube ich. Ich glaube, das war's. Das ist, glaube ich, wenn man älter wird, oder? Ich habe jetzt viele Ältere getroffen, aber ich weiß sie jetzt nicht. Du kannst ja nicht mitreden, Jungspund. Ach so, und du weißt nicht, ob du jetzt. Kaum aus der Schule raus und dann hier über das Alter sprechen oder was. Nee, bei mir merke ich das auch. Dass du weise wirst? Sehr weise. Ja. Also schon bin und denke, wo soll ich denn das noch hinführen? Und sag mal, was wollte ich denn noch fragen? Wenn du jetzt nicht drehst und Regie machst, hast du denn irgendwas anderes? Also, wenn ich dir jetzt Regie und Schauspiel wegnehmen würde und sagen würde, das dürftest du ab morgen jetzt nicht mehr machen, hättest du irgendwas anderes, was dir genauso viel Spaß macht? Also, erstmal hätte ich eine Depression, glaube ich, weil ich gar nicht weiß, was ich mache, weil ich dann erstmal nicht wüsste, was ich machen soll. Was genau so dich fordert oder was du genauso gut findest. Also, weil ich habe die Frage selber mir gestellt, dass ich nichts wüsste, keine Alternative zu dem, was ich jetzt mache. Nee, das stimmt nicht. Wo ich morgens aufstehe, aus dem Bett springe und sage, hurra, dass ich das machen darf, da bin ich aber dankbar. Aber ich springe jetzt beim Filmmachen auch nicht aus dem Bett und sage, hurra. Jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich, ich mache das nie wieder. Weil ich immer um 4.30 Uhr abgeholt werde morgens, das ist die Scheiße am Drehen auch. Nee, weil ich sehe es einfach auch so Zeitdruck und so. Nee, also doch, ja, ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Million-Minuten-Zeit hätte, das nehme ich genau zwei Jahre, das bräuchte ich noch, um mein Studium zu Ende zu machen. Ich würde wahnsinnig gerne zu Ende studieren. Politik, Wissenschaft und Soziologie. Nee, aber das habe ich nicht geschafft dann natürlich. Das würde ich gerne machen, tatsächlich. Und wenn man, also das würde ich gerne machen, ansonsten würde ich, glaube ich, aufs Land ziehen und irgendwas mit Tieren machen. So Breiten oder Reithof machen. Breiten? Reiten. Ach so, ich dachte. So was würde ich dann machen. Tiere breit machen. Nein. Mit dem Traktor rüberfahren, die richtig breit machen. Nee, das wäre es eher nicht so. Das ist doch irre. Ja, die irre Katharina mit dem Traktor auf dem Land. Nee, ich habe, letztens habe ich mich da so rein gesteigert, wenn du jetzt Hochleistungssportler, Sportlerin bist, dann kannst du das ja maximal, ist egal was, maximal machen bis 30. Ja, hast du die Beckham-Doku gesehen? Beckham habe ich gesehen, ich habe die Boris Becker-Doku gesehen und Jan Ullrich. Und alle haben mit, wann aufgehört, knapp 30. Also wenn du wirklich in der Blüte deines Lebens stehst, wenn das Leben für dich eigentlich richtig losgeht, nach Schule, Studium, weiß ich, was du alles hast, irgendwie ausprobieren hier und da, fängt mit 30 das Leben an. Und dann hören die auf. Und dann musst du was finden, was dich genauso fordert. Aber es gibt doch so viele tolle Sachen. So die Hölle. Es gibt doch so viele schöne Sachen. Ich würde so viele Sachen machen. Was? Na guck mal, dann sind die, dann waren die, dann haben die erstmal, haben die ja alle Möglichkeiten, weil die haben ja sehr viel Geld verdient in der ganzen Zeit. Das heißt, die können ja alles machen, worauf die Bock haben. Aber das ist es doch nicht. Natürlich nicht. Das weiß ich. Natürlich ist es nicht die, am Ende, also auch, aber. Also hilft dir natürlich gar. Genau, aber kann man auch nur sagen, wenn man, ne, also wenn es da ist, so. Aber genau, aber wenn es da ist, dann kannst du doch erstmal alles machen. Also wirklich, dann würde ich erstmal, also ich wollte schon immer Klavier lernen. Ich wollte schon immer nochmal tanzen lernen. Ich wollte schon immer in Flying Steps gehen und sagen, kann ich mal richtig hier Choreo lernen und so. Also ich wollte schon immer singen lernen. Ich würde sofort sagen, ich würde so viel Zeug machen, wofür ich momentan keine Zeit habe, weil ich die ganze Zeit am Set stehe. Ist doch so geil. Also es gibt doch so viele Sachen, die Spaß machen würden, oder? Ich weiß nicht. Aber so ein Beruf, dass du so eine Aufgabe hast für dich, dass du sagst, okay, das will ich jetzt irgendwie bewirken in der Welt. Aber selbst da habe ich so das Gefühl, man kann doch, ich weiß nicht, also ich glaube, ich hätte, es würde eine Woche oder zwei dauern und dann hätte ich schon wieder so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr wüsste. Aber du würdest dann doch irgendwann sagen, jetzt würde ich aber wieder Schauspielerin sein. Na, ich liebe das ja total. Also klar, warum sollte man auch? Naja, ich würde es doch nicht wegnehmen. Aber du bist halt gekommen und hast mir weggenommen. Heute wird nicht hier die Karriere von Karine Herford beendet. Nee, das nicht. Nur die Frage, ich kann zum Beispiel so einen Boris Becker, ich kann das verstehen, wenn du die Nummer eins bist. Er war wie alt, 17 Jahre, als er Wimbledon gewonnen hat, der erste 17-Jährige, der hat gewonnen hat. Und dann bist du 30 und dann merkst du, also wie in seinem Fall auch, da ist nichts, was ich so gut kann, wie diese Tennis spielen. Und dann haben wir, glaube ich, den richtigen Beruf, weil wir werden diesen Stopp nicht haben. Wenn du nicht von dir aus sagst, ich habe keinen Bock mehr, dann kannst du das machen, bis du tot in eine Kiste fällst. Weißt du? Kann sein, ja. Total. Aber diese Frage hatte ich schon. Und dass ich da gemerkt habe, da ist nichts, also für eine Zeit, klar, würde ich um aufs Land ziehen oder ein Olivenhain. Du würdest nichts anderes machen wollen, als das, was du jetzt machst? Quatsch. Wie Quatsch? Naja, Quatsch. Genau. Komödie. Also Quatsch jetzt nicht. Ja. Ja, das ist das, was ich am besten kann. Wo es den größten Effekt auch gibt. Wenn ich jetzt ein Olivenhain in Toskana habe, dann wird keiner vorbeikommen und sagen, Mann, sie sind ja der Beste. Das machen sie richtig toll. Weißt du? Das kann ich ja nicht. Wenn es sich richtig doll interessieren würde, wird es das vielleicht... Ich habe doch noch nie Olivenöl gemacht. Nee, ja. Weißt du? Kannst du ja lernen. Wird doch richtig schlecht. Aber wenn es dir Spaß machen würde. Ja. Das Ding ist doch auch, dass es einem so Spaß macht, dass man es nicht... Jetzt esse ich doch so ein Napperding. Dass man es nicht weggeben kann. Na, viel Spaß. Weil es sei Dank, dass man das hier nicht sieht, nur hört. Warum? Na, weil das Gesicht verzieht. Das bleibt ja kleben in den Zähnen. Ja? Ja. Ich kenne mich nie so gut aus damit. Na, mach mal. Okay, warte. Das ist mal lustig. Aber dann hört man es auch. Oh, da werden die Leute aggressiv, wenn man isst. Oh, ja? Ja. Oh, Entschuldigung. Zack, haben wir jetzt schon alle Zuschauerhörungen. Oh Gott, jetzt haben alle abgeteilt. Also meine Karriere doch vorbei. Weil sie hat gegessen. Die Filme, die du machst, ist das ein Genre? Oder ist das alles quer durch den Garten, was dich gerade interessiert? Darf ich trotzdem ganz kurz eine Frage stellen? Ja, gerne. Wenn ihr sagt, die Leute mögen einen nicht, wenn man isst, ne? Ja, ich verstehe es auch nicht. Warum stellt ihr dann hier alles voll mit Essen? Ja, pff. Anarchie. Und du isst dann nichts? Punk-Rock, das ist Punk-Rock. Du brauchst dann deine stinkende Pupstigarette? Ja, weil man es nicht riecht im Podcast. Das ist so lecker. Ich weiß nicht, woher die Aggression kommt, Essen. Ach so. Vielleicht, weil die Leute das über Kopfhörer hören und das ist unangenehm. Kennst du das nicht, wenn du beim Essen sitzt und jemand kaut, also isst so hörbar? Ein Apfel. Wenn jemand ein Apfel ist, könnte ich... Und dann diese Schmatzgeräusche im Mund, ich finde das auch so unangenehm. Ein Apfel, da könnte ich wirklich aggressiv werden. Ich weiß nicht, warum. Ich finde einfach so, wenn du merkst, wie so der Mund malmt und man so die Spucke... Ich verstehe euch voll gut. Ich kann das richtig so nachvollziehen. Ich höre jetzt auch sofort auf zu essen. Ja, tu es bitte wieder zurück in das Papier wieder rein. Leg es wieder hin. Ich räume auf. Für den nächsten Gast. Wir schmeißen nichts weg. Hast du das andere auch ausgespuckt da? Ich habe hier so ein bisschen probiert. Du knabberst alle, du bist ein Mäuschen. Du bist ein bisschen an. Du bist in deiner Rolle noch hängen geblieben. Siehste? Es ist wirklich, als wenn Mäuse da waren. Naja, nehme ich mal so von den Napo hier so ein bisschen... Das Toxic Waste, das habe ich mich jetzt nicht getraut zu probieren. Nee, wenn du Bauchschmerzen hast, würde ich das weglassen. Das ist wirklich... Okay. Das sind Center-Schocks. Also hier, Genre. Also schauspielerisch interessieren mich total viele Genre. Genre ist immer geil. So viel verschiedene Sachen machen kannst wie möglich. Science-Fiction? Am schönsten total gerne. Hast du mal gemacht? Ich meine Science-Fiction macht, ich glaube nicht. Macht man in Deutschland Science-Fiction? Was macht man in Deutschland? Kommt drauf an, wo? Dunkle Geschichten. Das kann man machen. Und man kann Komödie machen. Und man kann Familiengeschichten machen. Und man kann ernsthafte Auseinandersetzungen machen. Man kann Hochkulturgeschichten machen. Aber so alles, was so in so sehr teure Genre-Richtung geht, wird schwieriger. Weil es teuer ist. Weil es teuer ist. Deine Filme sind schon teuer, oder? Aber nicht so. Also total machbar. Aber teuer? Nö. Ich bin total... Du musst heute irgendwann in mein Tagebuch schreiben. Unteren bis mittleren Karoline Herford ist teuer oder billig? Nee, meine Filme sind im... ... guten Durchschnitt. Würde ich sagen. Aber es ist schon ein Garant. Es gibt teurere Filme. Wenn ich jetzt einen Knaller haben möchte im Kino, rufe ich dich an. Würde ich dir vorschlagen. Finde ich schön, wenn du das so siehst. Nee, ist doch so, oder? Aber ein Garant gibt es gar nicht. Du bist gut. Also du bist richtig gut und talentiert. Aber Garant im Kino, Erfolgsgarant gibt es nicht. Das glaube ich nicht. Aber vielleicht, weiß ich nicht. Ist immer ein bisschen, ist immer eine Kombi von Dingen, die aufeinandertreffen müssen. Ansonsten wird es schwierig. Also die Geschichte muss geil sein. Die Leute, die dabei sind, müssen ziehen. Das Timing muss richtig sein. Der Zeitgeist muss stimmen. Die Kampagne muss da sein. Das geht ja nicht von alleine. Und dann gibt es natürlich noch andere Plattformen. Und da kann man auch immer mehr Genre ausprobieren. Und ich hätte schon Bock. Besonders Fantasy. Ich habe ein richtig tolles Konzept. Es geht so ein bisschen in Richtung Fantasy. Da habe ich richtig Bock drauf. Das macht, glaube ich, richtig Spaß. Das ist so teuer. Fantasy ist immer teuer, oder? Richtig teuer. Weil du kannst ja nicht irgendwie jetzt am Alexanderplatz dich da morgens treffen und dann drehen. Sondern du musst Technik haben und riesige Hallen, Greenscreens. Genau. Aber geil. Richtig geil. Da habe ich voll Bock drauf. Tatsächlich. Ich habe letztes Mal mit Titanic nochmal angeguckt und dachte, was müssen die für einen Spaß gehabt haben, da zu drehen. Ein Kinderspielplatz für Erwachsene. Richtig geil. Ich war letztens in London in diesen Warner Studios von Harry Potter. Das ist so eine Harry Potter-Ausstellung. Ich war auch in London. Warum haben wir uns denn nicht getroffen? Ich war da auch da. Wann war es denn jetzt da? November. Ja, da war ich ja auch. Naja, warum haben wir uns denn nicht gesehen? Ich kann ja gar nicht sagen, dass du da bist. Ich habe dich ja nicht gesehen. Ich war beim London Eye. Also ich war schon ganz unsichtbar. Aber ich wollte, weißt du, wo ich hin wollte? Zu Downton Abbey, zu dem Schloss. Gibt es da, oder was? Es gibt eine Führung, aber weißt du was? Das wusste ich nicht. Nur drei Wochen im Jahr und zwar im März. Krass. Wieso denn das? Ach, weil sie sonst da drehen? Na, drehen tun die da nicht mehr. Aber ich nehme an, dass die Besitzerin dann sagt, also mal seid ihr blöd oder was? Drei Wochen können wir gerne machen, aber doch nicht jeden Tag. Im März. Na gut, dann du fahren wir nochmal. Würde ich vorschlagen. Von London, 45 Minuten entfernt, dauert acht Stunden die Führung. Ja, du, und ich dachte in diesen Studios, da ist man jetzt mal zwei Stunden. Acht Stunden sind wir da durchgelaufen. Ja. Und es war richtig beeindruckend. War Harry Potter auch da? Nee, der war nicht da. Hallo, ich bin Harry Potter. Aber weißt du, das ist wirklich für, wenn man Filme macht, wie die, was die da, also die Gewerke, diese ganzen Kostüme und Maskes, war so beeindruckend. Und ich würde auch gerne einfach mal so richtig in die vollen. Dreh doch Harry Potter 9 oder so. Nee, ich will nicht Harry Potter drehen. Aber Fantasy finde ich richtig toll. Ey, aber Downton Abbey, das finde ich eine gute Idee. Aber ich fahre halt nur mit Schiff rüber. Wie lange dauert denn das? Anderthalb Stunden. Ich habe 40 Kilometer. Nee. Von Berlin nach London? Über den Ärmelkanal. Was hast du denn da für ein Schiff? Nein, da musst du erst mit dem Zug oder mit dem Auto nach Calais. Und dann fährst du von Calais nach Dover. Und von Dover ist nochmal anderthalb Stunden mit dem Auto. Super. Also ich fliege dann nach London und wir treffen uns in drei Jahren oder was? Kannst du ja machen. Ich fahre halt mit dem Schiff. Es ist auch schön mit dem Schiff. Fliegst du gar nicht? Doch, wenn ich muss, dann fliege ich. Was ist die Angst bei dir, wenn du fliegst? Na, dass ich sterbe. Weil ich hatte auch Flugangst. Ja? Und die war dann weg. Wie? Einfach so? Ja. Quatsch. Die war weg. Hä? Aber wie lange hat sie die denn? Ich habe mal, meine Therapeut hat gesagt, ich soll ausatmen und dabei bis fünf zählen. Verarsch mich nicht. Es ist, ich schwöre, wirklich wahr. Ich soll ausatmen bis fünf zählen und dann einatmen und wieder bis fünf zählen. Und das immer. Und damit ist die Gehirnhelfen sind so durcheinander, dass du die Angst weg ist. Also jetzt nicht für immer. Ich bin jetzt hier kein Scharlatan-Podcast werden. Aber für mich waren die Gehirnhelfen so durcheinander, dass ich in dem Moment war, die Angst nicht mehr da. Und irgendwann ist die eingeschlafen. Keine Ahnung. Wenn jetzt so Luftlöcher kommen, mache ich mir noch leicht in die Hose. Dann denke ich so, okay, heute ist halt der Tag. Aha. Aber nicht wie früher, dass ich mich dann wirklich da festgekrallt habe an den Knien der Nachbarn. War das immer so oder kam das bei dir? Das kam so. Bei mir kam das nämlich auch. Ich bin früher so viel geflogen und habe es geliebt. Wisst du, wo das bei mir kam? Dass ich ein Kind von mir Flugangst hatte, aber aus dem, weil es noch nie geflogen ist. Eine Angst hatte davor, dass das schrecklich werden könnte. Und dann habe ich mit dem Kind einen Testflug gemacht. Von Berlin nach Köln erstmal, weil wir wollten dann weiter wegfliegen im Sommer. Und dann habe ich durchgehend diese 45 Minuten erklärt, dass alles in Ordnung ist. Und mir dabei aber immer gedacht, aber es könnte auch sein, dass wir alle sterben. Das will nämlich abstürzen. Weißt du, also gesagt, das ist total sicher. Da passiert nie was. Und dann dachte ich mir, aber da ist ja schon mal was passiert. Man hat ja schon mal davon gehört. Und ich glaube, dass ich mein Kind komplett aufgebaut habe. Nie wieder Flugangst gehabt, aber ich hatte, ab dem Punkt hatte ich Schiss. Und ich weiß jetzt nicht, ob alle jetzt davon geheilt werden, wenn die bis 15 dabei einatmen und ausatmen. Aber ich war so abgelenkt, dass es weg war. Ja, ich probiere es nochmal. Wir können ja mal nach London fliegen und dann probieren. Aber du fliegst eine Maschine vor mir. Wieso? Weißt du? Weil du Angst hast, dass ich dich anstecke. Nee, dass du mich wahnsinnig machst einfach mit deiner Flugangst. Weißt du? Und ich dann immer da sitze. Du machst mich wahnsinnig. Hör auf jetzt. Ja, das ist ja wahrscheinlich die beste. Du versaust mir die ganze London-Reise. Aber London ist doch gut. Wie lange fliegt man? Zwei Stunden oder was? Okay, und dann warst du bei Harry Potter. So eine Filme drin? Und im London-Ei. Was ist das mit London-Ei? Mensch. Dann dieses Riesenrad. Ach so, den Karussell da. Ja, ja. Bin ich dran vorbeigefahren. Da war ich auch oben. Ich hab alles gemacht. Wie, das geht denn? Weil es nicht fliegt oder was? Also ich musste mich schon die ganze Zeit beruhigen, dass wir hier an Stahlträgern dran sind und dass keine von diesen Kapseln runterfallen wird. Und ich fand so die letzten, weiß ich nicht, die letzte, das letzte Viertelrunde bis oben richtig scheiße. Und dann, als ich wusste, ich bin jetzt drüber, jetzt hab ich's fast geschafft. Dann war nochmal kurz doof und dann war wieder gut. Aber größtenteils war eine Übung. War doof. Ja, nö, 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 nur dieses eine Viertel war richtig doof. Aber es ist ja eine Übung, man muss ja üben. Ich muss einfach immer üben, immer weitermachen. Also, wie stehen wir Deutschen denn eigentlich da, was Filme und Serien angeht? Sind wir da besser geworden? Boah, weiß ich nicht. Musst du jetzt beantworten. Für alle. Für alle Produktionsfirmen Deutschlands. Aber das finde ich schön, dass du das jetzt so gesagt hast. Jetzt, Kaulina Herford. Und, bitte. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so gut beantworten für alle. Für die Hälfte dann. Stehen wir gut da? Ja, also ich glaube, momentan ist so ein bisschen die Situation, dass, also erstmal kamen große neue Streamer rein, die große neue Sachen gemacht haben und viel Aufträge mit sich gebracht haben. Und jetzt ziehen die sich alle wieder zurück momentan. Ob das so bleibt, wird man auch sehen. Aber der Markt ist einfach mal wieder in einem totalen Umbau begriffen und das merkt man einfach überall. Ich glaube schon, dass es total tolle Sachen gab und auch Quatsch gab, aber das gibt es überall so. Ja, ich selber habe jetzt noch keine Serie in dem Maße selber gemacht. Mache ich aber total gerne mal. Und bin ja ansonsten eher so im Kino unterwegs. Und da, wie ist es im Kino? Also wir sind eigentlich auf einem sehr guten Entwicklungs-, nicht Erholungsniveau, sage ich mal, nach Pandemie. Gehen wieder mehr Leute ins Kino. Ja, genau, also besser als jetzt es anderen Branchen geht nach der Pandemie, das ist auf jeden Fall so. Aber ja, und da gibt es immer wieder auch richtig tolle, also ich finde dem deutschen Film selbst, die Sachen, die man jetzt gerade so passieren, da sind richtig, richtig tolle Sachen dabei. Also das, ja, finde ich schon gerade sehr spannend und sehr toll zu sehen, was es so alles für Sachen gibt. Also das deutsche Kino, glaube ich, macht gerade sehr großen Spaß und Serien muss man halt mal gucken, wie interessiert die großen Player auch dafür sind, in Zukunft da zu investieren in den deutschen Markt. Das muss man einfach mal anschauen. Aber ich finde so durch Netflix, Amazon und Co. ist schon irgendwie, es sind doch mehr Angebote ins Spiele kommen, oder? Genau. Also du hast mehr Möglichkeiten hier zu sagen, okay. Du hast mehr Möglichkeiten, auch wie gesagt, eben auch mal in eine andere Richtung zu gehen, weil was, was vielleicht im deutschen oder was im Kino jetzt in Deutschland nicht so den richtigen Ort hat oder den richtigen Platz, das kann man dann auf einem Streamer anders machen. Also ich finde, es ist einfach eine andere Plattform, die eben, ja genau, andere Möglichkeiten bietet, so zusätzlich. Also man kann einfach ein bisschen mehr aussuchen und wählen, deswegen finde ich das schon auch spannend, aber es wird sich halt zeigen, wie hoch dann auch die, also wie kontinuierlich das jetzt so bleibt, dass man diese Möglichkeit auch haben wird, hier aus Deutschland raus. Ja, wie wir natürlich auch für Deutschland nur senden. Genau, also. Also jetzt kommt ein Kinofilm in Deutschland in die Kinos und dann kommt aber auch aus Amerika Transformers 4. Genau, du hast die. Dann weißt du, hat eine Milliarde gekostet und dein Film jetzt eine Million. Dann ist schon mal klar, Kräfteverhältnis schwierig. Das ist auf jeden Fall der Fall, dass du einfach eine ganz große internationale Konkurrenz hast, die natürlich auch mit ganz anderen Budgets und ganz anderen Möglichkeiten agieren. Am Ende und auch andere, ich sag mal, Stars haben, die anders ziehen vielleicht nochmal. Aber es gibt immer wieder wahnsinnig tolle Filme, die sich durchsetzen und die einfach die richtige Kombination haben oder eine richtige Geschichte oder die einfach einen Zeitgeist treffen. Also es ist sehr, sehr viel trotzdem möglich. Es erfordert meistens immer ein bisschen Überzeugungskraft oder Mut, auch mal wieder so andere Wege zu gehen oder einen Zeitgeist neu aufzumachen oder zu entdecken. Aber ich finde das, was wie gesagt gerade im Kino passiert, total schön. Klar, wie gesagt, man hat immer einen begrenzten Raum, sag ich mal, weil wir natürlich aufgrund der Deutschsprachigkeit ein begrenztes Publikum haben und dadurch, oder wir einfach einen kleineren Markt haben und dadurch sind wir in einer Konkurrenz mit Filmen, die das nicht haben. Das ist ganz einfach so, aber da kann man sich jetzt irgendwie, ja, sich ärgern oder man kümmert sich einfach, macht einfach irgendwie weiter. Einfach weitermachen. Ich weiß nicht, ich konzentriere mich immer lieber auf die Geschichte, die ich gerade erzählen will, das ist ja anstrengend genug. Und wenn die gut ist, dann setzt sie sich auch durch. Nicht nur mit den Amis auseinandersetzen. Ja, also so habe ich immer das Gefühl, also ja. Ja, ich finde, wir können uns mehr trauen, oder? Also ich weiß jetzt nicht, wie das für Filme ist, aber bei Comedy denke ich immer, mein Gott, lass doch ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Wir haben ja nichts zu verlieren. So, kann doch nur besser werden. Bei Comedy? Bei deutschen Filmserien denke ich manchmal so, das ist so viel Technik dabei und dann denke ich immer, ein bisschen mehr Mut wird auch schön. Wirst du mehr aufdrehen. Also jetzt nicht bei allen Sachen, das ist schon alles sehr gut. Gut, mir ist das auf jeden Fall, als Sky gesagt hat, wir pumpen keine Kohle mehr in deutsche Produktionen, da dachte ich, das ist doch scheiße. Das ist total scheiße, naja, weil es halt, ähm. Der Pass zum Beispiel war jetzt, das war Österreich und Deutsch, also deswegen habe ich Sky abonniert damals, weil ich dachte, das finde ich geil. Also da sind schon, da waren schon geile Sachen dabei. Genau, da waren schon richtig tolle Sachen dabei und ich fände es auch schön, wenn es weitergeht und wenn sich der deutsche Markt weiterhin lohnt, ich fände es super. Aber, also es wäre schade, wenn es weggeht, aber ich glaube es auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Siehste? Das war es schon. Ja? Wie spät ist es denn überhaupt? Jetzt 14 und... Achso. Hat es dir Spaß gemacht? Mir hat es total Spaß gemacht, hat es dir Spaß gemacht? Möchtest du noch irgendwas sagen oder dich entschuldigen? Ja, also ich... Würdest du dich für irgendwas entschuldigen? Nee, ich will eine zweite Chance haben. Du hast eine zweite Chance? Ja? Heute schon? Nee, nein, nein, nein. Bei Deluxe, bei Feelings Deluxe. Achso. Jetzt gleich. Aber da habe ich ja dann auch kein Geschenkpapier dabei. Exklusiv bei Amazon Music, wo ich ja dann zwei Geschenke kriege. Hast du die denn, kannst du die schon mal auf den Tisch holen? Das sind doch die zwei. Nee, nochmal zwei für den Deluxe Teil. Du denkst dir doch jetzt irgendwelche Sachen aus. Nein, das ist schon immer so. Das wurde mir nicht so gebrieft. Doch, jeder schreibt unser Redakteur per Hand auf eine Postkarte den Leuten zu und eine E-Mail. Guck mal, die schütteln mit dem Kopf, ich tue denen gerade richtig leid. Meine liebe Katharina Herford, das kann doch nicht sein, dass wir im Streit jetzt in den Deluxe Teil rüber gehen. Wir streiten uns gar nicht. Entschuldige dich bitte jetzt noch, hier. Ich schenke dir, ich habe ein Geschenk für dich. Leg bitte meine Stifte wieder auf den Tisch zurück. Ich habe ein Geschenk für das Deluxe Ding. Ja, da freue ich mich aber. Karoline Herford, gleich. Bei Deluxe. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Also danke, dass ich da sein durfte. Das war richtig toll. Tschüss. Meine Leckmuscheln nehme ich aber noch mit. Ja, gibst du die drei Euro noch? Kannst du mir auch Paypalen. Dir gefällt, kommt die drei Euro noch mit. Kurt Krömer, Feelings. Bei Amazon Music kannst du als Prime-Mitglied neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung hören. Außerdem gibt es jede Woche eine exklusive Bonus-Folge. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter. Kurt Krömer, Feelings. Ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener, Tim Kehl, Leonie Heling und Simone Terbrack. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion, Kate Kugel und Inga Wessling. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt, Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonus-Folgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.